Michaela Ziegler und ihre Übung mit dem Sein. Als einzige Teilnehmerin des Deutschen Tonnerbundes konnte sich die deutsche Meisterin vom TSV Schmieden im Klassefeld von Karlsruhe behaupten. Nach ihrem elften Platz gestern im Vierkampf unter über 60 Teilnehmerinnen stand sie heute zweimal im Geräte-Finale und machte vor allen Dingen mit dem Seil eine gute Figur. Temperament und hohe Schwierigkeiten. Natürlich hatte die 17-jährige Michaela Ziegler gegen die Weltklassik-Gymnastinnen aus der Sowjetunion und Bulgarien keine Chance, belegte aber mit 9,05 Punkten einen achtbaren fünften Platz in diesem Finale mit dem Sein. Siegerin Oksana Skaldina vor Alexandra Timoschenko aus der Sowjetunion.